Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSP DFA heute mal als Highway Patrol mit einem Dodge Charger wir gucken heute mal dass wir ein paar Raser rausziehen oder verdächtige Fahrzeuge wenn es euch gefällt gleich und aber nicht vergessen würde ich sagen dass ich jetzt eigentlich mal schauen was hier abgeht der scheint mir aber ein bisschen schnell oder sind sie alle so schnell und da überwollte man rechts ernsthaft Wie fährst du denn So Guten Tag, Polizei. Bitte einmal alle Ihre Dokumente. Dankeschön. Ich prüfe einmal Ihre Personalien. Leitstelle bitte einmal Alissa Martin überprüfen. Geboren 2001. Da scheint alles okay sein. Ich gebe noch einmal schnell die Kennzeichen durch. 05D-HT-819. Da ist alles gut. Dann... Wo wir fahren sind gerade? Wo geht es zur Lisa-Sulstraße? Kenne ich nicht. Kommen Sie her? Wer hält ich für mich? Aha. Haben Sie irgendwie Drogen genommen? Okay. Nebenleben, sagt sie. Haben Sie was getrunken? Doch, davon geht die Welt nicht unter einmal. Wird sie wieder bunter. Bitte. Wieso drängeln Sie? Ich habe es mega eilig. Warum fahren Sie so rücksichtlos? Und hat er einen Anfall... Ähm... Gut, dann gehen Sie bitte mal so nett und steigen mal aus. Steigt es jetzt aus. Das macht mich echt mal sauer. Jetzt steigt es jetzt aus. Danke. Und jetzt kommst du mit hier rüber. Walter! Bitte einmal mitkommen. Hier hin, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir einen... Alkoholtest machen. Dann... Stehen Sie mal einbeinig bitte. Eins... Bis taug... Zwei... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Da scheint alles gut zu sein. Dann... Machen wir mal da einen Atemalkoholtest. Dankeschön. Der war wohl negativ. Gut, dann... Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und fahren so vorsichtig. Dann wünsche ich mich. Perfekt. Äh... Okay. Äh... Ein Raub, perfekt. Junge, was ist da los? Warum sollte ich bitte da lang fahren? Ich fahre hier lang. Ich fahre aber... Erstmal so an. Höchst! Nein, der eine fliegt, der eine fliegt. Der eine fliegt! Äh... Ok Und Er ist super Hierfür brauchen wir noch Ein EMS Verlegen müsst ihr ihn noch finden, der muss noch nicht sein Nicht schießen, nicht aufs Bike So einmal angefahren So Hanno Oh Gott, Kollege, das Hier auch nochmal ein EMS, bitte Der ist tot, Kollege, alles easy Ups, Entschuldigung Hör auf zu schießen Ah Ah, die Kollegen geben mir ein bisschen money Okay Mal gucken, ob das das wird Ich fasse uns einmal schnell da hinten hin Du regelst das schon, Kollege, ne? Ja, du regelst das Mal Warum auch immer ich als High Speed Unit das mache Ja, ich bin ja keine High Speed Unit, aber Ich meine Als Ding Ah, da sind sie Gut, das habe ich einmal zu viel angefordert Alles gut Wir waren immer zu viel als einmal zu wenig Guten Tag Guten Tag Hier war eine Schießerei Ah Oh Oh Mann Saster Guten Tag No way I hear that friend Ah, dankeschön Super noch So, hier mache ich mal Fahrzeugabfrage Hat aber gar Hat tatsächlich Tatsächlich Das wird aber nicht irgendwie Als Fahrzeug glaube ich Ja Fahrzeugerfallen, ja Und dann tatsächlich Bei so einem Felzen Dann suche ich Rechtsmedizin Gut Gut, dann Was ist das hier eigentlich Mit dem Einsatz für mich? Äh Ich fahre wieder auf die Autobahn und Und wir sehen uns dann Und da sind wir wieder Und ich habe mir grad den Autotransporter da angeschaut Der sieht recht voll aus Da schaue ich doch mal hinterher Vielleicht stimmt da was nicht Einfach mal überprüfen Wenn ich den überprüfen kann Kann ich? Oh Unfall Na gut Dann hat sich das erledigt Dann willst du dich erstmal hier rum Guck mal oder was ist hier los? Äh Code 2 Ich werde einig Entschuldigung Bitte gehören Verkehr Verkehr Verlangen Ähm Was stehen sie hier alle rum Die Herren Die Damen Gutes sind nur Herren Hallo Hallo Ich will doch nicht mit ihnen reden Ja Ja da haben sie kassiert Dinger Ja Als Fahrer so Jetzt fahren es weiter in ihrem Auto Äh Äh Was sind sie denn für einer? Ja Ich muss ihnen das jetzt allen sagen Ja Gehen zweitdeutsch Fahrer Ich werde nicht mehr in den Problemen Dwarf Dicks All Units Wir haben Schuss fiert Schuss fiert Schuss fiert Schuss fiert Schuss fiert Schuss fiert Komm rein Das war knapp Das war sehr sehr knapp A Das war knapp Das war sehr knapp das war sehr sehr knapp monkeys Und warum lädt hier jetzt die Karte nicht? Oh Gott. Egal, es wäre dahinten, wo es eigentlich schon geladen haben sollte. Ja, die sind auch Cops, ne? Oh, 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 oh. Schau schießen, ok, gut. Hände hoch, Hände hoch. So, zwei kleine Headies. Hä? Oh, 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 oh. Bitte die Hände hoch. Ach komm, Hände zu verschießen. Ziehen sie halt. Oh, Kollege, mach deine Sirene aus. Mach sie aus. Hab ich sie jetzt noch heran? Oh Gott. Ey, wo ist mein Partner? Ich fühle dich. Ich sehe das Körper. Ich sehe das Körper. Nein. Ähm. Wo ist der Medican? Na ja, gut, dann das regeln die Kollegen. Wir sind wieder auf der Autobahn, Kollege. Wir sind für die Autobahn zuständig, nicht für das Land. Also doch, aber ich meine. Warum steht der da oben? Das interessiert mich jetzt schon. Den Traffic Shop, ich hab doch gar keinen gemacht. Warum steht hier ein Auto? So. Okay. Okay. Was bring ich mir hier runter? Okay, Katholik, gar nicht mehr. So. Und. Löse. Aha. Da war aber jemand schnell. Fahr mal jetzt ran. Okay. 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 Ich glaub, der braucht eindeutig noch einen Arzt. Der fährt nicht weiter. Verlege sicherst ab. Genau. Aha. Komm. Bitte steigen sie mal aus, Frau. Genau. Das ist verrückt. Du bist keiner. Ja, doch. So. Ich bin aber der Ausweis. Danke schön. Bitte einmal Carol Lau, geboren 1999. Prüfen. Da scheint alles gut zu sein. Ich prüfe einmal ihr Fahrzeug. Bitte einmal das Fahrzeug. Das Auto mit dem Kennzeichen 81T. UO. 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 Da ist zwei, 16. Dankeschön. Ähm. Target is. Ten, four. Kollege macht einmal einen Drogentest. Da scheint alles okay zu sein. ich lasse fahren für eine menschbare gelegenheit das auto wird stege lege ok tschüss die hat aber kein bock auf uns kollege ein bisschen stau gefälschte impfausweise so das war's kollege kommen rennen der hat kassiert warum bremmen die sind immer so eine lokale streifbüte immer nur zur sicherheit muss natürlich fragen wir da einmal ihre dokumente zeigen dankeschön sie wissen warum ich sie angehalten habe genau wegen dem führerschein da sind auch schon die sheriffs oder hat er gesagt der ich bitte sie einmal auszusteigen weil das fahrzeug hier wird stillgelegt drücken sie mich nicht an der wand ja dankeschön nur in los santos so sie dürfen ich rufe in einen taxi das auto ist stehgelegt daran können sie auch nicht rütteln das ist stehgelegt so kaputt wie das ist und dann werde ich das fahrzeug einmal durchsuchen unterbodenbeleuchtung gut dann war es das stopp nehmen sie den hoch dann haben sie mich fast übers ohr gehauen die sind festgenommen weil das ist ganz illegal da führe ich das nur durch das strafversetzbuch durch abholung er nimmt zusätzlich mit passt doch perfekt er nimmt sowas er wird das regeln er weiß er war ja dabei dann werde ich hierfür einmal einen abschlipper holen ja gut dafür kann der npc nicht das ne verpackt wird sooo damit würde ich sagen dass es das mit dieser entspannenden lsp4 folge war wenn es euch gefallen hat like und abo auf jeden fall nicht vergessen es wird mich nämlich mega unterstützen und ja ciao ciao